Fürchterlich geiles Hallo und herzlich Willkommen zu Gegenschlag-Welt-Offensive. Was? Gegenschlag-Counter-Strike-Global Offensive. Welt-Off... also Global ist ja Global, also Welt-Offensive. Okay, lassen wir das mit dem Robert. Hallo. Oi. Ich wollt grad sagen mit dem Robert und dem Alex, aber... Das hat mir keinen Sinn mehr. Laut. Wir hatten die Bombe. Keine Ahnung, Blau. Ich glaub, Paul ist das. Erstmal Offspot und direkt Headshot. Einer ist Offspot. Da ist keiner Offspot. Ey, wir spielen... Alter. Wir spielen mit einem aus der letzten Runde zusammen. Wirklich? Ja, intern. Äh, der war orange schon letzte Runde. Der war mit mir auf A. Da hab ich richtig schlecht geschossen. Im Haus ist der, einer von denen, oder? Der zweitens noch. Er ist durch. Okay, Offspot ist down. Überhaupt. Warum spielst du eigentlich die Diegel, Paul? Ah! Und Nitter. Weil hier ist ja keiner von uns mehr. Weil ich lernen muss, damit umgehen zu können. Was? Mit der... Der war knapp. Der war knapp. Weil ich nicht mit der Gehüber studieren. Öhm. Mp7. Mp7. Wrag7. Ump7. Genau, umpümpel. Umpümpel. UMP. Let's go B. Ohja, Auge. Danke, bevor ich nach A laufen will. Ich hab gesagt... Wenn die mir was ansagt, laufe ich halt nach A. Oh, hier steht noch einer. Natürlich war das nicht mein Kill. Wie schnell könnte die denn durch die da sein? Oben, äh, Balkon. Ich hab den 7 in 1 gegeben. Von T. Von T. Von T. Von T. aus. Schnell hoch Paul. Die haben... einer hat gegen gekauft zumindest. Hab keiner die Bombe gelegt? Nein. Die anderen da gestorben, ne? Ja. Noch einen Gegner. Die haben mal Kass gegen gekauft. Wir sind T. Äh, der ist raus. Ich war dämlich, hast recht. Wir sind T. Hab nicht nachgedacht. Jaaa, genau. Du wusstest natürlich, dass ich da sitze. Aber das konntest du, glaub ich, nicht mehr wirklich sitzen. Hätte er auf Balkon oben sitzen können. So als Beispiel. Hätte er drunter sitzen können. Aber dann hätte der ja auch um die Ecke schleichen können. Weil dann hätte er, äh, weil die Bombe war so geplantet. Jaaa, ich hätte besser schießen müssen und fertig. So hab ich das jetzt nicht gesagt. Aber wenn du es so siehst. Alright. Geht A. Okay, wir gehen A. Krieg ich für. Alright, that's the way we're doing. Aber wieviel schneller die an den Spots sind als wir? Ist gar nicht so viel schneller. Zu B kommen die viel langsamer als nach A hin. Aber ich hab einen Assists bekommen. Äh, einer ist nah. Wir haben zwei im Haus. Der hat noch 70 im Haus. Ich musste grad abholen. Der hat noch 70 im Haus. Der hat noch 70 im Haus. Last. Left. Noch einer im Haus. Letzter Haus. Kann auf rechts kommen, ne? Setz dich so, dass du die Bombe siehst. Er sieht Smoke. Es gibt keinen Punkt, wo ich die Bombe sehe. Und beide Spots als beide Ausgänge sehe. Beziehungsweise, da wär ich nicht hingekommen. Bei der grünen Tür, oder? Ja, aber da wär ich nicht hingekommen, da kam der ja schon. Nein, das mein ich. Das war reine Frage. Kannst du mir, dass keiner rauskommt? Also ich wär da schon hin... Ja, ich wär da hingekommen, aber da kam der ja schon. Ich hab die Map einmal... Ich hab die Map einmal casual gespielt und wurde rausgeworfen. Aber es waren auch irgendwelche Idiotenrussen oder so. Also nicht, weil ich schlecht war rausgeworfen, sondern... Ah, die kommen bitte schon. Super. Im Haus. Boah, jetzt glaub ich einmal falsch. Mir dann alle hinterher. Natürlich, danke Timmy. Ganz hinten durch links. Einer. Und rechts auf dem Balkon. Kleiner ist einfach mal geheim. Doch, ich hab mich krass geplantet. Einer. Weil ich hätt's gehört. Links, die Tür. War er. Ja. Die auch mitnehmen sollen. Hier bei mir ist einer. Ja, ich seh den. Da drauf. Waffen. Wir haben irgendwelche Waffen gehabt. Im Farmers. Neh ich da mit. Im 4A4. Da hab ich den niedergesprayt. Ich konnte da nix gegen machen. Ja. Da hab ich den niedergesprayt. Was wir hier haben. Kannst du mir die... Links geben? Ja. Let's go beer again. Ja, ich hab mich da schon hingeschlichen. Keiner mit gerechnet. Irgendwas steht da hinten mit AWP. Dann haben wir ein Problem. Sneaken. Ruhig. Der Grün hat nicht gesneakt. Balkon. Geh mal da rechts rein. Und das geht. Geht nicht. Ganz hier da einfach. So. Einer von hinten. Guck mal da ist ne Leiter drin. Wo? Wo ist hier ne Leiter? Balkon. Da rechts ist ne Leiter. Ganz am Rand. Ganz am Rand. Ganz hinten dem Loch. Ja. Und dann? Da kommt einer raus. Ja. Deswegen solltest du ja da drauf gucken. Da hab ich doch hingekrobt. Die ganze Zeit. Der die fused. Der die fused. Okay. Vielleicht soll ich noch so ein Chat sagen. Im Sprachchat. Geht auf den. Auf da nicht. Ich guck die ganze Zeit auf dieses Loch. War doch klar, dass wenn ich dann ein Loch sehe guck ich auf das Loch. Dann sagst du da ist ne Leiter. Ja das ist ne Leiter. Ganz hochklettern. Ich weiß. Und dann hab ich... Und dann hab ich... Ich... gesucht hatte. Vielleicht hat der meins ne andere Leiter. Ne ich weiß genau die. Let's go mid to A. Okay. Oh okay. Oh okay. Mach uns aber vorlaufen Alex. Ja ich weiß. Ich geh unten rum. Da kam einer. Okay. Wir haben mich gesehen. Bomb ist gesehen auf A. Ja beeil dich. Geplanten kannst raus. Okay. 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 Da liegt Auto-Tucker. Ja meine. 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 Ich hab gesagt bring dir die. Will ich aber spielen. Wow bad. Ja okay kannst du haben da. Eh Auto-Noob dann. Oh nur wenn du die spielst. Boah ey wie ass aus. Wenn du kein Auto-Noob sein willst, kannst du dir die angeben. Kack-Mongole. Ich hab immer hinter Alex. Sobald er stirbt, hol ich mit die Auto-Tucker. Hatt mich noch durch. Ich will das Haus. Wollt sterbe. Was? Da war hinter mir. Wow. Das kann recht recht um die Ecke ist ja Paul. Im Haus direkt um die Ecke. Genau. Ein hab ich auch. Neu? Von hinten kommt was. Zwei sind Downstair. Zwei sind Downstair. Eh Two Downstair. Auf Spawn kommt was. Sie ist immer noch einer am Leben von uns. Das war ne blöde Runde. Die lassen wir jetzt einfach verhinderte. Die solch grunden nie allein. Ich lag daran dass du mir die Auto-Tчить erst nicht gewolltest. ich lege daran weil ich dir gegeben habe ist ein gerücht das gegenteil nicht beweisen ja oder b vermittelt ja jetzt nicht vor mich gestellt und dann sterbe ich weil ich aufgehört habe weil der natürlich sich vorgestellt und dann sterbe ich noch warum sollte ich auch warum sollte ich auch auf mein teammate schießen ich glaube bei kursi des leipers kommt werden solange die wurst dicker als das brot ist ist es ist es wurst wie dick das brot ist viel spaß solange das brot dicker als die wurst ist ist es wurst wie dick das brot ist welches waffe spiele ich welches waffe welches waffe wenn ihr meint ich gehe auf a stress macht okay ich glaube wir gehen nicht b und für mitte nach ja mitte nach b war einer der paul ja der hat ja noch 20 ohne scheiß mit meinen legs kann ich nix machen balkenie irgendwo jedoch eine autotracker oder ist sie schon tot wo ist der der könnte a sein weg dich deutscher da sagt man in einer anderen sprache noch autosniper der kommt aus finnland ja du hörst mich wenn er defuse hat der einmal angetäuscht ja sehr sehr guter job hast aber nur ganz leise gehört dass der angefangen hat zu defuse da war ich ganz knapp noch in reichweiler ähm let's go a straight to a ok so lange so habe ich mich an das tartarus gewünscht park die smoke war noch einer ja ich weiß zwei da oben rechts ja Alex ich weiß ich weiß es ist hinter dir von zwei seiten sie ja macht mal nix wow und warum hängt der schon wieder ja mal ne avp kaufen und dir das würde helfen äh ich kann gerade hab ich echo also gerade hab ich echo also naja macht halt keinen Sinn wenn ihr hier nicht kaufen könnt alle müssen echo haben mach auch eine keinen Sinn wenn ihr echo habt macht doch B B wieder hinten mit avp ok lass mitte gehen ok bin ich für ok und wenn orange rennt man kann natürlich kennen sie uns nicht ab 1 haben da bin ich in die äh granat ring ran die haben die bombe gesehen mitte 1 1 ist CT 80 hat er ist tot ich bin nach A ich bin auch bei A A safe oder 4k noch A das B ich plan hier dass wir uns in die grüne Ecke stellen können ok ok ich stell mich dahin ok dann geh ich äh Und in den Keller Ich geh Keller Nice Die gekriegt Der AK, der AK will die nicht Fast hätte ich mir die Autostack holen können Warte, wie soll der jede Runde, Alter? Paul, soll ich dir die droppen, die AK? Ja Will was anderes kaufen, was? Klar Wolang? Ähm 2A Okay Also hier, ich guck erstmal Hast du was sehen können? Warte, ich flashe deine Nee, ich hab nichts sehen können Danke Danke Ich hab den Hörst du die Bombe eben, Paul? Ja Da ist noch einer, Rampe runter, läuft hoch aufs Spot Alter Alter Wie der sich nicht bewegt, aber bei mir rumruckelt wie ein Schwein Let's do Paul Da hab ich ne Sekunde zu spät nachgegangen Macht noch nix Nix, nix Nix Da war einfach ne Sekunde zu früh bei ihm Hm Da hab ich ne Zeus gekauft, alles klar Zeus kill incoming Das ist sein Zeichen Aber ich glaub die Map ist relativ ausgeglichen Ja Robert, hol dir jetzt endlich deine blöde AWP Und dann gehen wir A Okay Dann machst du lang Go to A Okay, grün macht Stress irgendwie über Mitte oder so Ja, grün geht über Mitte Okay Guck du mal ins Haus, Alex Ich halte Danke Danke Robert Gergeschehen Mach ich gern Oder Paul Oder sonst wer Ist auch egal Hab der Leben geschossen Ich kann nicht schießen Der Typ ist vor uns gewesen Last Letzter war A Spot Glaube Auf A Spot ist keiner Ah ne ihr seid auf A, okay Statt ihr seid auf B Voll verplant Wum All Ist zu ihm Ahm Bringst du den AK mitroll Erg Kock, Zeus Kill Richtig krasser Zeus Kill Ja ne Erfolgt Aber ich nehm die Bombe nicht Du hast weniger Geld Fydia gegeben Alex Äh Paul, Entschuldige Paul, er ist nicht recht A oder B B Ja Ja Aber nimmt mal das weil ich mache jetzt richtig stress ich habe die awp ich nehm die bombe nicht dann gibt die wem anders nicht mehr und mit pushing pushing ich blick ne awp richten hier mitte und wo kam der denn dass er dich getötet hat der kam über diesen kleinen balkon da rechts der ist halt über den spot gelaufen dafür gehen gleich einer die awp mit springen die haben einen bot gegner oder wann haben die einen bot weil ich gar nicht wollte vielleicht aufpassen noch einer brücke ja direkt auf spot ich habe die awp ähm taste zum droppen ist hier da was willst du ak es geht äh ja leider nicht im angebot was du ja go trade ah ok i'm going over mid flasher da muss haus gucken fertig smokehouse smokehouse everyday mit mit vor zeigt sich keine behind kam von mit den meinst du ja der war das ja der kam von b also wieder auf unseren spawnen in die mitte rein und dann hab ich noch nachgeladen von mit der ist mit mit vorm b ja kommt jetzt da raus robert it's eh a behind vom team boah ich rette dich links achso das ist ja okay ich hab den einfach nicht getroffen damit ich dich dem nicht geschossen gut halb team gut halb ja gut halb ja die war gar nicht so schlecht 6 9 müssen wir das nur halten was das 6 9 ne so die in ey wir führen sogar das ist krass welcher platz menschen welcher zweiter ja du bist überhaupt mehr scheiss damit ich damit habe ich grad einfach nicht getroffen hab ich dich dem nicht geschossen ich geh a ich hab legs i go mad ich hab ihn wieder in one one b ab ja und orange ist ah da stand einer vormel a Das ist nicht B. B ist A. Die Bombe ist nämlich A. Hab ich doch gesagt. Nein. Bombe A down. Ja, grün ist auch down. 3 down. Das war USB. Da fahrst du bis noch ein bisschen Polizisten. Reload. Ach die. Ja. Er hat nur eine Deagle mit sieben Schuss, wenn er siebenmal daneben schweckt. Gelände übersteigen verboten. Ich sehe Bombe holt und bis nach B läuft. Ja. Hat er schon längst gemacht. Der hat gerade in die Fliege, oder? Der hat genug Zeit. Nice. Nice one. Der Zeus ist riskant, wenn er den daneben setzt. Der erste Schuss ist immer der entscheidende. Bei Zeus. Das stimmt. Nein, bei allen was? Bei allen bei der Zeus. Das ist riskant. Der erste Schuss ist am entscheidendsten. Ja. Ich glaub ich hab vorgenommen. Was? Der erste Schuss ist entscheidend? Ja. Was warst du im Haus, Paul? Die war richtig grausam, die Flash. Hab die Bombe gesehen? Äh, die Smoke. One is Balcombe. Birkney. Wieso machst du denn nicht alle, Paul? Bombe A down. Ich muss den Arbeiten nicht schlafen. Letzte war Haus. Eben. Ist da? Ja. Bringen wir ihn mal hin. Äh, ne. Die ist hin. Okay, doch. Äh, du bist ganz hinten. Die warten immer so ein bisschen. Ja, die fahren am Auto. Jetzt wir nicht reinrennen sterben, sondern Abwarten Tee trinken. Ja, die stellen sich halt hinter die Wand und warten einfach. Und dann laufen die irgendwann nach A. Die Leute vielleicht, dass ich auch so lange warte. Ja. Oh, Paul ist gepusht. Äh, Paul ist gepusht. Okay. Bombe ist Mitte. A. Blip. Da ist noch einer. Ja. Das muss ich aber echt nachladen. Die hatten eine, äh, eine M4-Runde. Habt ihr mich erschreckt? Du hast Paul getötet! Ja. Ja. Ihr habt mich so mega erschrocken. Ich guck da rein, steht da drei Leute. Und ich schieß einfach auf einer. Paul getroffen. Ich hasse dich, ne. Das hat mir glaube ich Minusquote gegeben, oder? Nee, gar nicht. Nicht? Okay. Das wäre die dritte Runde gewesen. Ja, genau, genau. Mit der ich nicht gestorben wäre. Okay. Waren doch nur zwei. Warum stirbst du so häufig, Paul? Ich bin nicht gestorben. Also nur ein Drittel. Ja, jetzt hast du's gejenkst. Ja, ist mir egal. Ich bin zweiter im Team. Guck dich an. Ja, wie ich selber flasht, ist das dein Problem. Einer ist aus dem Haus rausgekommen. Oh, die Bombe? Wo ist das? Ja, die hat sich vermutlich geholt. Ja, Bombe ist weg. Alter, die, jetzt haben... Wo ist die Bombe denn hin? Wenn wir erst die Bombe jetzt auf A. Oh, die läuft nach B. Der hat halt weiter geschossen, als ich tot war. Hatte den einen aber runter geschossen. Leute, ich leh mal an, dass die Bombe nach B unterwegs ist. Ich bin Balkon. Der letzte müsste die Bombe haben. Ja. Kann ja sein. Nice. Einer Mitte, einer A, einer B. Schön. Provade. Ah, da oben, okay. Ja, das war ja alles viert, ne. Ja, oder hab ich Paul mal nicht getötet, ausnahmsweise. Hier sind schon wieder alle Ränge von den Gegnern. Ist das denn absichtslos, oder ist das ein Bug? Oh, unsere, die von unseren Teammates sehe ich nicht. Ich will nicht sagen, ne. Aber ich bin mit dem Typen der Beste auf dem Server. Und da ich mehr Punkte habe als er, bin ich der Beste auf dem Server. Ja. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich hab den höchsten Rang mit dem anderen zusammen. Ich hab die Bombe down. Easy. Boah, die geht nicht. Einer macht, ne, Paulus macht aus. Die Russen. Einer ist da noch mit ner Scout. Wo? Ah, Main oder Mitte. Bei der Bombe. Die bleibt schön hier verstanden. Das sind so ein paar mehr, Leute. Aber... CT, mein ich. CT. Jetzt zwei. Der letzte ist durch. Ist schön. Wir hatten ne Scout und ne Auto-Turk. Ich hab zwei verschiedene Wurffondenträger getötet. Will die einer? Ja. Paul, du kriegst die, weil du weniger Geld hast. Ich will die aber haben. Nein. Ich hab meine Pistole getroppt. Meine Pistole. Ich laufe in die falsche Richtung. Warum das denn? Weil ich im Spawn durcheinandergekommen bin mit drei Ausgängen. Wir haben nur noch zwei Ausgänge. Das ist das Problem. Ach komm, die kommt aus. Bei A ist ein Brand. Aber sowieso nicht B. Hab einen auf A. Ich hätte lieber Haus gucken, Paul. Guck ich halt Haus. Was? Bombe auf VB. Einer ist über CT gekommen. Einer ist über CT gekommen. Über Mitte nach CT. Aber durchs Gebäude ist er gelaufen. Ja. Oder durchs Gebäude. One is going to B. Bombe was B. Bombe ist down. Ja. Ich weiß aber der hat die. Nice. Wo ist der denn? Der ist tot? Der jetzt. Keine Ahnung. Aber ich würde mache in dieser Sekunde eine Einblendung von einem Grabstein wo draufsteht hier liegt Paul Scale begraben. Warum das denn? Meine was? Du hattest ja nie Skill. Also kann man die ja nicht begraben. Ich hatte mal Skill. Naja mit dem alten Rangsystem warst du auch nochmal bei einem Stern. Nein mit dem alten Rangsystem war ich bei ähm. Ja ich weiß wie der AK bin aber nicht. Ja deswegen ist das neue Rang so ziemlich gut. Dann sind die Silberbops wo die Silberbops Held hingehören. Oh die Fresse. Höre dir. Ich komme hier raus. Wir wohnen so weit voneinander entfernt du kannst gar nicht zu mir kommen. Ich meine aus dem Rang. Dann bin ich besser als du. Ja ne ne ne. Das hast du nicht. Doch doch doch. Jetzt hast du dich. Bin mir ziemlich sicher dass du ein Bob bist. Keiner deckt das Mittelhaus. Dann wird durch das Mittelhaus über CT zu uns kommen. Ja tun sie. Nein tun sie nicht. 1, maybe 2, net. War das? Das tun sie nicht. Weinen habe ich geholt. Ja da wollte ich von hinten kommen. Ich denke schon die Bombe. Oder ist sie auch gar nicht. Keine Ahnung. Die Bombe scheint weg zu sein. Die Bombe scheint weg zu sein. Easy. 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 Letzter. Wir brauchen gar keine Abbot machen. Und ich bin aufgestiegen. Warum brauchen wir keine Abbot machen? Ja. Aber die Folge ist die letzte dranhängen. Achso. So Jungs. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Damals wussten wir das noch nicht. Damals wussten wir das noch nicht. Jetzt sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Und schalt das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder Counter Strike spielen. Ciao. Ciao. Ein herzliches Buh und willkommen zu einer weiteren Folge Counter Strike Ghosts Offensive. Hast du das wirklich gemacht? Ja. Okay. Dabei ist der Robert. Hallo. Alex. Hi. Wir spielen die neue Map, wo ich nicht weiß wie sie alle... Hey. Wie heißt es? Schwill. Aus der Operation. Schwill heißt die. Ich bin B. Ja. Ich bin auf B. Ich bin A. Ich bin in einem Vent. Ich komm. Krass. Da ist die Bombe. Und wie komme ich da hin? Ich kann jetzt hier rumlaufen und durch die nächste Tür. Ich glaube das ist falsch oder? Ja. Da A? Alter. Grün läuft hier noch nicht so dumm. Die Bombe ist A. Ich A. Hi. Hi. Die Bombe ist hier. Achso. Wow. Alter. Ich bin rausgerannt. Einer kam rein. Zwei. Also beide auf A. Letzter auf A. Einer auf A. Wieso will er den messern? Hast er keine Mutti mehr gehabt? Hast du gesehen Paul? Ja. Aus dem Vorteil, dass er dich doch nicht gesehen hat. Hier kann man auch langlaufen. So. Wird Paulus schaffen. Ich glaube wir werden das nie erfahren. Doch bei A geplant. Der ist einmal außenrum nach A geplant. Boah halt die Klappe, das wird jetzt zu lange dauern. Alter ich hab mir schon gedacht so, was wenn jetzt A? Ich hab mir auch gedacht, was hier wenn A nach A läuft. Aber das wird relativ eng, du musst jetzt hin, den töten und direkt entschärfen. Da durch, links, links durchs Fenster. Entschärfen. Schaffst du nicht mehr. Ja, vorbei. Haben die einfach die Bombe geplantet. Diese fiesen. Er hat mich abgeschüttelt. So, jetzt habe ich auch nur unser Typ, den messern wollte. Ich geh noch mal nach B. B auch nach B. Ich geh A mal wieder. Ich finde nett, wie die überhaupt reingeschrieben haben, die mal nach B kommt. Wo können die denn hier kommen? Die können von da kommen, glaube ich. Ich bin nicht groß genug hier für. Wofür? Die Achterbahn. Mach du mal da, wo du jetzt warst. Three guys on A. Drei Leute auf A. Die Bombe auch. Alter. Ich fühle, dass ich gerade am T-spawnen bin. Bist du auch. Wo komm ich denn hier lang? Ne. Ich geh mal da komm ich irgendwo hoch. Ich verstehe zwei Gegner. Ah, ist zu wild. Wenn ich dir alle nur vier machen müssen. Paul. Ja, das wird bisschen problematisch, wenn der Gegner nicht ganz da steht, wo er mir angepasst wird. Alter, hat er sich jetzt eh... Okay, wir kaufen. MP7. XM 1014. Ich habe kurz darüber nachgedacht, mir eine Swag 7 zu holen, aber dann habe ich gedacht... Ich laufe oben Wege. Karte ist los. Ich verstecke mich hier. Ich habe was auf A gehört. Ich kaufe mir eben was zu trinken, Paul. Warte kurz. Danke. Ich hör was. Rechts vorne uns. Äh... Steps on A. Alright. Lauf doch nicht durch! Lass noch einer. Einer ist oben auf. Ja, ich hab'n. Die Bombe bei dir, Alex. Der hat die Granaten über... Nein. Bombe ist frei. B. Super. Ich weiß nicht, wo ich hin komme. Ich hasse die Map. Da vergesst du nicht mehr. Mach sie einfach alle, wenn die hier draufholen. Aber ich habe mir eine Galle geholt. Da hat einer noch was gesprayt. Eine Black Sand. Okay. Einer hat eine 6er Ping. Der für eine Internetleitung. Let's go! Let's go! Wieso, wenn das ein deutscher Server ist? Oder... Wenn das Server ist, habe ich auch nur einen 12er Ping oder so. Je nachdem, wenn ich dann ein bisschen weiter näher am Server wohnen würde, hätte ich dann auch keinen 12er Ping, sondern einen 7er Ping. So abwegig ist das gar nicht. Hörst du da irgendwas? 2 Guys an A-Spot. Alter, warum... Die... Alter. 2 sind auf A-Spot. Okay. Ich weiß nicht, aber irgendwie... Ich weiß nicht, aber irgendwie... Alter. Irgendwie kann ich die Map nicht. Irgendwie finde ich die auch richtig scheiße. Einer ist Richtung T gegangen. Okay. Ich habe ein kleines Problem. Dezent. Rechts. 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 Ich habe einen Assis bekommen. Mein erster Punkt. Der weiß glaube ich nicht, dass die Bombe unter ihm ist. Ich glaube ich auch. Wo ist die Bombe? Direkt neben dir. Er steht oben. Kommt jetzt runter. Ja. Kommt er nicht? Ja. Ja. Ich habe das nicht mehr zu planten. Geh weg. Hier. Ich laufe ein bisschen entgegen. Was ist das denn jetzt? Er hat sich versteckt, um zu safen. Gegen einen, der 7 HP hatte. Das weiß er ja nicht. Und die Zeit war sowieso zu korpsen. Ich bin ihm wirklich entgegengelaufen. Er hätte ihn entweder suchen müssen, oder? Ich habe ihn ja gefunden, obwohl ich ihn auch nicht mal gesucht habe. Wie dumm das ist, ey. So, hoffe ich... Ich habe das irgendwie lustig. Ja, fand ich auch. Hoffentlich mache ich jetzt meinen ersten Kill. Ich habe ihn ja gefunden, obwohl ich ihn auch nicht mal gesucht habe. Da habe ich Paul. Ey, warum bin ich alleine auf A? Hier habe ich Paul. Ja, ich weiß. Aber der andere hat ein A-Warm. Ich will ihm nicht im Weg rumstehen. Hab die Bombe hier down. Okay, ich komme über unseren CT-Spawn. Wo genau ist die Bombe da? Weg! Der Grünstander! Da ist einer direkt hier drin. Ist die Bombe noch hier? Ja. Ich habe absolut keine Ahnung, wo der ist. Oder wo ich hier hinkomme. Wo ist die Bombe überhaupt, was da liegt, oder? Diesmal liegt sie oben. Die liegt direkt bei mir. Alter, sorry. Da habe ich mich einmal umgedreht und habe Robert einen Schuss mitgegeben. Ja, da hat er halt die Tür aufgemacht und er schießt die Halle weg, die hier stehen. Durch die Smoke. Und da habe ich mich umgedreht und habe mich erst mal umgedreht und direkt losgeschossen. Ja, da ging einfach die Tür auf und guckt dann weg. Und dann schiebe ich sie von hinten ab mit der Bombe. Da schiebe ich sie von hinten ab mit der Bombe. Da schiebe ich dann durch die Smoke noch eine weg und dann noch im dritten. Aber was deren Plan war, habe ich nicht ganz verstanden. Keine Ahnung. Das ist ein ganz coole Event hier. Ich schätze mal, die kommen jetzt A. Wenn hier eine A und eine M4 stehen. Schmuck! Ist da was, Paul, bei dir? Ja. Die ganzen Rücken davor und die ganzen Rücken davor. Das war ich. Bombe auf A. Bombe down auf A. Einer ist noch T-Spawn. Esser den, Robert. Der hat mich da gesehen. Aber wenn der AFK gewesen wäre, hätte ich den. Nee, der hat mich gesehen. Der ist nur rumgelaufen. Wo ist der denn? Warum liegt eine T-Leiche im T-Spawn? Wo ist der, Alex? Keine Ahnung. Ich habe mir gefühlt, dass der Speedback vorgelaufen ist, der Typ da. Ich werde dich wieder ins höhere. Auch einer zufällig was. Wart nicht. Nö. Ist jetzt scheiße, ne? Gesundheit. Nein, dann laufe ich halt nicht nach B. Einer von denen hat die ganze Zeit Discos. Das ist der letzte. Minus eins. Der hat einfach ein Suizid. Oder, äh... Nö, der hat einen Kill gemacht bei den Geg- Ah, hier, hier. Äh. Wow. Scheiß drauf, was ich jetzt sagen wollte. Tütten sich alle gegenseitig. Das war dir, Paul? Die Smoke? Ja. Darf ich keine Smoke haben? Achso, jetzt vielleicht der Krieger behalten. Ich bin auch irgendwo. Also, ich sehe sie noch nicht. Ich bräuchte eigentlich schon mal ein paar Kills. Ich hab... Ich steh 1, 2, 3, 4. Was stehst du? 1, 2, 3, 4. Boah. Boah. Da hat einer... Ich hab einen Kill gemacht. Da haben sich einen Stern für die meisten Eliminierungen bekommen. Alter, 2 von denen haben abgebrochen. Ja, die haben sich... Haben ganze Zeit Team-Kills gemacht. Und dann rausgegangen. Und ich wollte die auch noch aufgeben. Nach der Elf-Minuten-Folge. Äh, das wird Bonus-Crew-Touch. Achso. Aber die andere ist schon... Die letzte ist schon 15 Minuten... Äh, 50 Minuten lang. Da häng ich das nicht dran. Ja, aber dann können wir ja noch... Äh, darauf warten, dass wir eine Folge finden, die genau... Also die was ist. So. Da kann man... Oder wenn die Gegner nochmal aufgeben. Da kann man das ja hinten dran. Das kann man machen. Ey, ich glaub nicht, dass das so tickt. Das passiert jetzt, was man sagen kann. Ne, das nicht. Bis dahin... Du musst die ja jetzt unbedingt hochladen. Boah, jetzt können wir das machen. So. Ich mein. Oh, da ist die Bombe. Jetzt ist auf A. Super, ich bin grad... Ich hab's geschafft, die Bombe zu legen. Ich brauch Punkt. Ich brauch Punkte. So ist Alex töten auf mir von spät da. Oh, die hat gar nicht Alex getötet. Welche ich hab, ist Alex denn? Ich bin, äh... Der letzte. Ich bin der einzige, der negativ ist. Ich brauch zu geben scheinensündig. Boah, ich krieg das einfach nicht hin auf dieser Web. Ich mag die nicht. Die Runde geht noch ein bisschen. 6, 2 und die wollen aufgeben. Das steht eigentlich noch relativ normal. Also 6, 2 und 3. Ich bin bei denen halt 2 rausgegangen. Jaaa. Das ist ein attraktives Wort. Ich frag mich, warum die nicht einfach nach B kommen. A kommen die ja auf B. Und wir nie auf direkten Wege nach A. Das ist es halt. Die sind bei B. Okay. Das haben wir aufgegeben. Alter. Dieger! Hey! Yay! Ja, das war eine sehr kurze Runde. Wir sehen uns entweder gleich oder in einem weiteren Video vor. Ja. Ciao! 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 Ciao!